Als die Technologie planten, dachten wir, dass Nachtigall und Co. auch von Kindern gespielt würden. Nun sitzen die Kinder im Orchester und einige Damen und Herren im zweiten, respektive dritten Lebensabschnitt haben einen ungeheuren Spaß beim Bedienen der kleinen Pöbelchen gehabt. Es blieb der Plan, nicht nur etwas mit Kindern, sondern auch etwas für Kinder zu machen. Und so entstand ein klitzekleines Midlay über Themen aus Kinderfilmen bzw. Kinder-TV-Sendungen, dessen Inhalt Sie zweifelsfrei werden, identifizieren können. Vielleicht brauchen wir Ihnen ja ebenso viele Erinnerungen durch den Kopf wie bei uns. Eigentlich wollte ich Ihnen dazu wirklich nichts verraten, aber Beate hat so wunderschöne Gemälde hergestellt, die der Udo jetzt in der Hand hat, dass wir nicht umhinkönnen, vor jedem, der sich in fünf Stücke, mal ein Bildchen hochzuhalten, was vielleicht nicht alle erkennen können, aber einige, denke ich schon. Du gehst dann einfach mal bis zum Rumpf und wir fangen jetzt noch an. Seid ihr fertig? Das ist schön. 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 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 r progressives. Musik 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 Musik